Jetzt haben wir natürlich heute noch ganz andere Highlights, unter anderem die Knie-Premiere und dort ist der Christian Köppel. Der Operaball, der das letzte Mal vor zwei Jahren stattgefunden hat, ist wohl in seiner Klasse der Top-Event vom Jahr. Wer da ist, ist entweder erfolgreich, mächtig oder reich oder geht alles zusammen. Und einen Namen habe ich vorher schon erwähnt, Zina Zörner. Zehn Minuten nach Balleröffnung, das heisst um 20 vor sieben ist sie eintroffen, die grosse Sängerin Zina Zörner zusammen mit ihrem Lebensbegleiter Erwin Bach. Und sie ist nicht einfach in einer grossen Limousine gekommen, sondern sie ist in einem einfachen Taxi gekommen. Aber dennoch hat sie dem Anlass, dem grossen Operaball hier im Borolag, wirklich der nötige Glamour verleiht. Und ich glaube, das wird ein Top-Anlass, aber das werden wir später sehen. Und das sind unsere weiteren. Heute können wir eigentlich mit der Oscar-Verleihung Löcki mithalten und einen Weltstart, einen Weltstart haben wir heute auch da, Zina Zörner. Und was sie heute Abend auch hat und all die anderen Gäste und um was es heute Abend eigentlich geht, das sehen wir jetzt im Beitrag von Anouk Haimov. Über 600 Gönnerinnen und Ballgäste sind vor dem Zürcher Operaball vorgefahren. Zumindest unten, ohne Bodyguards und jeglichen Allüren, der Rockstar Tina Zörner. Selbst, wo ihr Kameramann auf die Scherpen des Ballkleids steht, quittiert sie das nur mit dem Lachen. I knew that was gonna happen. Dass Tina Zörner tatsächlich kam, ist freut nicht nur die zahlreichen Gäste, sondern natürlich auch die Journalisten. Umso mehr, wo sie uns auch noch mit Freude in ihr opulente Kleid vorführt. Es ist 10 Jahre alt und von Gianfranco Ferret. Es hat Blumen drauf und bedeutet Frühling. Ich trage es heute das erste Mal. Vor 15 Jahren habe ich es auch noch in Grün gekauft. Aber das habe ich jetzt das erste Mal an. Ist doch noch eine schöne Farbe. Eine Freundin hat mich eingeladen und gesagt, es sei ein Ball. Wie oft hat man schon die Gelegenheit, ein Tolles Ballkleid anzuziehen? Ich habe gesagt, da habe ich doch etwas, das ich seit langem ausführen wollte. You don't have to, if you want. So I said, oh no, I haven't had a chance to wear a big dress for 10 years. So I went to my closet and pulled out every big dress I had. And I ended up with this one actually. Und da ist noch eine Menge in Operhausgönnerin stolz, Tina Turner, wenn auch noch flüchtig mal kennengelernt zu haben. Wir sind Freunde von Lionel Richie. Und als Lionel hier in Zürich war, vor einem Jahr, konnte er nicht mit uns essen gehen, weil er zu Tina Turner musste. Sie hatte Geburtstag und wir hatten unseren Hochzeitstag, das ist mein Mann. Und wir waren sehr traurig, wir freuten uns natürlich für ihn, aber das sind langjährige Freunde, Tina Turner und Lionel. Und dadurch, und wir haben auch Tina Turner schon in St. Moritz getroffen beim Skilaufen. Der Operhaus-Intendant selber sucht mit viel Begeisterung Parallelen von der Oper zum Rockstehen. Der Ochs von Lerchenau, der, ich weiss nicht, er versucht, der Ochs grapst ja immer alle Mädchen in der Oper. Also vielleicht muss ich jetzt die Tina Turner grapstchen, ich weiss noch nicht, ob sie das mag. Das würde ich, glaube ich, besser sein lassen. Wenn schon, dann doch lieber ein Tänzchen mit Tina. Für das wäre sie nämlich gerüstet. Well, yeah, but you see, it's got layers and layers and I'm really quite... Ihr müsst schauen, mein Kleid ist weit mit vielen Schichten wie ein Petticoat. Ich werde also keine Mühe haben zum Tanzen. Do you like going to ball? I think it's nice to go every now and then. Ab und zu, es ist einmal eine andere Art von Party. 700 Franken hat der Eintritt an den Zürcher Operball gekostet. Drinnen inbegriffen den Apero, ein Viergangmenü und Tanzen bis am Morgen um 4 Uhr. Die Einzige, die eingeladen ist, ist Tina Turner. Und die anderen mussten alle selber bezahlen. Auch der Thomas Borer. Nein, der Thomas Borer ist auch eingeladen. Nicht gratis, aber ein Schnäppel ist auch der Schornieres Kleid. Check whatever's on sale. Ich kaufe immer im Ausverkauf, das stimmt. Sicher, so mache ich das immer. Man muss sich doch einfach in dem Wohlfühlen, wo man trägt. Und weil es für die Damenwelt nicht ganz so einfach ist, wie für die Männer mit ihren Smokings, gibt es da vielleicht auch eine beratende Unterstützung von Ehemännern? Ich muss natürlich viele Sachen sagen, aber ich muss immer sagen, ich finde es schäuerig gut. Wenn ich mal etwas sagen, es ist nicht schäuerig gut, dann komme ich graus wieder dran. Das Täschli hat dir total den Unterschied. Das ist kaputt, nichts zu achten. Das kannst du nicht machen, oder? Das ist ein ganz liebes Täschli und er hat gefunden, es ist eine Hippie, eine Hippie Täschli. Aber ist gut. Also Zeit 98, das ist nicht mehr ganz in den Mode, aber okay, heute Abend. An diesem Abend ist übrigens eine halbe Million Franken zugunsten vom Zürcher Operhaus zusammengekommen. Die glatten Gäste begeben sich jetzt dann dahin zum Diner und wer da ein bisschen zu viele Gäste hat und bei der anschliessenden Polonaise am meisten Gas gehabt hat, das verraten wir Ihnen später. Die nächste Woche wird gewohnt aus dem Studio. Bis dann, Insight bleiben, einen wunderschönen Abend. Bis dann, Insight bleiben, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Abend. Good night!